Moin Leute, mein Name ist Nico und ich booste euch ganz herzlich zu einer Runde Worms Clam Wars mit Krangus Hallo Heute werde ich mich wirklich rächen Ich habe ja oft gesagt ich räche mich, aber diesmal war ich jetzt wirklich Angst Ja Ja Finger hoch, wer ihn auch ernst nimmt Ich habe den Finger gerade oben Jetzt zieht aber keinen Hey Jetzt habe ich dich gewaschen Ich hasse duschen Scheiße habe ich den Jetzt habe ich ja keinen Baseballschläger Was soll denn so eine Scheiße? Dann halt so Schon wieder? Hat sich das gelohnt? Ein bisschen Habe ich überhaupt Schaden genommen? Ja 30 Ich wollte dich ja eigentlich komplett rausschlagen Aber da warst du wieder Ronny Nein, nicht Ronny Das ist der einzige intelligente Worm in meinem Team Guck dir seinen Kopf an Wie viel da drin ist Er sollte doch mal einen Nobelpreis erwähnen In was? Äh Wormologie Wormologie Dachte ich mir Durch die Mine, durch die Nein, ich will es nicht riskieren Aber ich will mein Jetpack auch nicht verlieren Boah Das nennt sich Skill So mein Freund Oder so Diesmal schlag ich dich aber ins Wasser Weil ich es noch schaffen sollte Das ist eine Miele Oh je, nicht Das war jetzt aber ein Sprung Hallo Nicht euer Ernst Das ist einfach Das Wow Du bist weit geflogen Da will ich ja nichts sagen ne Also das war schon Das Bier verarscht mich Das war schon krass Chris Also Jetzt ist die Bissnacker auch noch dran Einen schönen Dank Chris Ich hasse das Was bringt eigentlich die Flaschenpost Eine Benzinbombe Alle Sachen kenn ich auch nicht Weil da sind viele Neuwaffen dabei Mit denen ich mich auch nicht so auseinandergesetzt habe Bis jetzt Äh Giftwaffe Nee, komm Ist nicht euer Ernst Schön Dank du Dafür fliehst du die nächste Runde Auch diesmal richtig Hä, was passiert da jetzt? Ich bin vergiftet Und verliere jede Runde Life Points Bis ich dann irgendwann komplett krepiere Gefällt mir Der positive Aspekt ist dass ich zum Halb Crank ist es dran Ah ne Günther Oberspambo Der sieht aus wie du Was denkst du wie du gleich aussiehst? Warte ab Was ist man eh denn da? Ihhh perverse Schwein Bitteschön Happy Birthday to you Happy Birthday Boah Ich muss selber noch weh getan Buka 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 Wer kommt auf die Namen? Buka Dewitt Guck dir das an Sie ist brutaler Wormvieh Hehehehe Die ist leicht dafür in dein Leben geflogen Hehehe Das ist vorbei gegangen So jetzt schaffe ich es auch hoffentlich mal diesen anderen Spacken da Ach jetzt ist erstmal Ronny dran Rönni Rönni ist am Züch Der Rönni Der Rönni ist am Züch Ich liebe deinen Dialekt Ich krieg das nicht mit Wenn ich Dialekt rede Mh Ich schon Schön 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 dass du es mitkriegst Vor allem manchmal in den Videos, vor allem in Orksma Stai Das war immer geil In Orksma Stai habe ich.. Ok da habe ich es wirklich nicht bekommen Manchmal hat es echt krassen Dialekt drauf Manchmal ist es wirklich Da saß ich dann auch schon selber davon und hab mir gedacht Alter nein Alter du hast es aber auch mit diesem Wurm oder? Hä? Warum willst du jetzt unbedingt Christ Schlechter mit jedem Arsch töten? Darum Er hat den falschen Namen Naja also ich find den genau richtig Nico Schlechter müsste der heißen Und der da kriegt gleich das nächstes aus dem Maul wenn er runterkommt Wo ist eigentlich Dora? Ha die ist nicht im Spiel Warum nicht? Ah Mach da ab mein Freund Da stehst du genau richtig da oben Ich weiß ich stehe total dumm eigentlich aber Wem von euch zwei Vöelchen hau ich zuerst weg Ach guck an ich hab ein Basel Ob das was wird Ja na klar Ja 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 bei Jesus doch Ja Bei Jesus Ja Ja Christ Schlechter Wow So jetzt reicht es Ich werde katholisch Du bist Ich werde katholisch Ich werde katholisch Moment Die dann nehme ich bei ihm mit Das passiert es doch nicht Ja geil Das Bukka Das weiß es warum die Inamnesians sich ihren eigenen Gott erschaffen haben Wenn ein Gott sowas zulässt das ist nicht fair Absolut nicht So wen töte ich das? Ich werde katholisch Geil Du 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 weee ja ha 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 ne ich sag dazu auch nichts mehr das ist das ist einfach nein 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 nicht ne ne ich sag nichts mehr aber was das v-sync alles bewirkt ist wirklich ein wunder alter hast du hast du zu viel was ist denn das 110 schaden was hast du losgefeuert total brillant total brillant wer lebt denn überhaupt noch achso günther und olaf ach christus es macht immer wieder spaß gegen dich zu spielen ja 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 ganz wenig ha 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 geil ey geil ja ich warte pissen pissen ach ne es lebt ja nicht mehr was machst du jetzt bist tot das ist gut was ist das was du leckst gerade hörst du mich wieder ja liebes nico du mich wieder hören du bist grad total am legen nico du mich hören schade wer das war ich weiß leider nicht mehr chris du bist am legen ich hör dich nicht los lauf zu jetzt höre ich dich ja ich weiß so puka los bring dich was ist denn das was ist denn das von dem ding das könnte nichts bringen was ist das weiß ich nicht was ist das aus dem anti terror camp mitgebracht ich kenn die waffe nicht ja das ist die re geile waffe solltest du öfter probieren macht richtig viel damage vor allem bei dir versteh ich nicht mega mörser hattest du grad oder probier's nein nicht der mega mörser sag mal chris was ist mit deinem internet los weiß ich nicht ich weiß nur was du tot bist konntest du mir das mal erklären tschüss chris schlechter den telefon klinger es war so klar du brutale sau hahaha der nico der ist tot alter halten maul der nico der ist tot der nico der nico ja der nico der ist tot du bist auf dem falschen weg du bist auf dem falschen weg musst umdrehen falsche richtung ja richtige richtung das haben wir hast uns beide getroffen glaube ich jetzt ich habe dir eine insel geschlagen dankeschön wäre nicht nötig gewesen Geld hörst du mich denn überhaupt noch ja jetzt mal wieder ach so bin ich wieder da bin ich wieder anwählen ja jetzt hört man dich auch endlich mal wieder hier das ist gut wie keiner doch der richtiger name ist reina da steht ja mal günther ist egal mega 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 umbringen nein das bist du ein feiner eine kleine witz ich werde nur dich umbringen mal schauen was aus mir wird ich bin ersoffen ich lebe ich wollte mich mal waschen buka wird mir sowieso keine gefahr den schalte ich den schalte ich dann aus irgendwann mal wenn ich zeit habe aber der da drüben näher mit das ist ein ganz schlimmer buka über sterben das ist ja bewusst oder der drinnen kommen leben soll ich mal ganz ganz fieses machen auf die mine was bringt dir das so war auf das und hier raus zu zögern nein das bringt jetzt nicht was ich jetzt vor hatte in diesem moment gerade nicht bitteschön irgendwie habe ich das gefühl dass ich trotzdem verlieren werde ließ aber ganz knapp vorne freundchen ganz knapp los spring einfach das hat keinen sinn spring nein du machst es falsch nicht schon wieder bitte gott wenn du bitte gott ja so so mein freund jetzt reicht hast gewonnen nein soll ich gar nicht mal so sagen das kommt jetzt auf meine präzision an ja hab gar gewonnen ist bekannt du kannst da nicht nehmen zielen das geht überhaupt nicht hey du weißt was ich alles kann tschüss ich hab mal gewonnen ich hab mal gewonnen tschüss ich hab gewonnen also warte eine neue ära tschau und tschüss tschüss